Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Statement vor der Fraktionssitzung mit unserer ersten stellvertretenden Vorsitzenden, Sarah Wagenknecht. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu den wichtigsten Themen dieser Sitzungswoche. Ich denke, eines der großen Themen wird natürlich sein, das wird ja auch morgen Gegenstand einer Regierungserklärung, der G7-Gipfel und natürlich auch die Auswertung der Europawahl, das Abendessen der Staats- und Regierungschefs, die Situation in Europa. Ich fange mit G7 an. Ich glaube, das Grundproblem ist schon darin umschrieben, dass es sich um einen G7-Gipfel handelt und eben nicht um einen G8-Gipfel. Unserer Meinung nach, und das werden wir auch wieder im Plenum so vortragen, wird es keine Lösung dieses Konfliktes gegen Russland und ohne Russland geben. Man muss mit Russland sprechen. Frieden und Sicherheit in Europa ist nur gemeinsam mit Russland machbar. Und wir sehen mit großer Sorge die Entwicklungen in der Ukraine. Im Grunde täglich fließt dort Blut. Es gibt inzwischen auch eine immer wachsende Zahl von Flüchtlingen, also Flüchtlingen, die sich also aus diesen Bürgerkriegsgebieten versuchen zu retten. Und der neu gewählte Präsident Poroschenko hat offensichtlich das Konzept, dass er diesen Konflikt militärisch lösen will. Das halten wir für hochgradig gefährlich und auch für grundfalsch. Und wir finden es auch verantwortungslos, wenn dieses militärische Vorgehen gedeckt und gestützt wird von der Bundesregierung, von den westlichen Staaten. Weil wir meinen, es müssen endlich Verhandlungen her. Es muss von allen Seiten einen Waffenstillstand geben. Es muss gestoppt werden, dass Waffen in die Region geliefert werden. Das betrifft sowohl die aufständischen, selbstverständlich auch die russischen Waffenlieferungen, aber eben auch die Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine. Und es bleibt auch dabei, wir empfinden es als absolut fatal, dass ein Land, in dessen Regierung vier Minister von einer faschistischen Partei gestellt werden, finanzielle Hilfen von der EU und vom IWF bekommen. Zumal die Wahlen gezeigt haben, dass in der Bevölkerung der Rückhalt für diese Swoboda-Partei, also für die Faschisten, marginal ist. Aber das ist natürlich ein Grund weniger, sie auch in der Regierung zu behalten. Insoweit bleibt es hier bei unserer Position, Rückkehr zu Gesprächen, Schluss mit dem Säbelrasseln und endlich den Weg zu öffnen dafür, dass an einen gemeinsamen Tisch alle Konfliktparteien kommen. Da gehören aber eben auch die Aufständischen dazu. Bei der Frage der Europawahl und der Einschätzung der Entwicklung in Europa wird es ja auch um die erste Verständigung gehen. Ich glaube, dass es gut gewesen wäre, wenn Frau Merkel bei diesem gemeinsamen Abendessen weniger Kraft darauf verwandt hätte, am Stuhl von Herrn Juncker zu sägen und mehr Kraft darauf verwandt hätte, die Debatte darüber anzustoßen, was tatsächlich die Ursache dafür ist, dass wir in Europa einen derartigen Siegeszug in sehr, sehr vielen Ländern von rechtspopulistischen bis hin auch zu neofaschistischen Parteien haben. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Unsere Position ist die, dass eine EU, die den Menschen das Gefühl vermittelt, dass in ihr nur große Banken und große Unternehmen eine Lobby haben, dass ihre Vorstöße sich gegen die Lebensverhältnisse der Mehrheit richten. Wenn die Menschen das Gefühl haben, gerade in den Krisenländern, dort ist eine Troika, die ihnen ständig Spardruck, ständig Kürzungen diktiert, die ihr Leben massiv verschlechtert, dass man sich dann nicht wundern muss, dass es in vielen Ländern ein Aufbegehren und auch ein Wiederaufkommen von nationalistischen Ressentiments gibt, die dann auch in so entsprechenden Wahlergebnissen sich niederschlagen. Ich finde, dass man bei den Ergebnissen, gerade in unserem Nachbarland Frankreich, der Front National als stärkste Partei, dass man hier nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann. Ich finde sehr sinnvoll, dass jetzt mehrere Staats- und Regierungschefs in Europa deutlich angesagt haben, dass Schluss sein muss mit diesen Austeritätsdiktaten. Wobei wir uns wünschen würden, dass jetzt das nicht so interpretiert wird, dass man einfach nur wieder mehr Schulden macht, sondern vor allem ein Punkt in Europa endlich anders gelöst wird, dass diejenigen für die Krisenlasten zahlen, die vorher profitiert haben. Und das ist ja ein Grundproblem, dass wir in keinem Land entsprechend angegangen sind. Also weder in Griechenland, wo jetzt auch schon wieder über irgendwelche neuen Pakete philosophiert wird, aber auch in anderen Ländern nicht. Also die, die wirklich reich sind, die wirklich profitiert haben, die werden in keiner Form belastet. Also auch das ist eine Position, die nach wie vor von uns in die Debatte eingebracht wird. Übrigens auch bei der Ukraine. Also wenn man sagt, wir brauchen keine Finanzhilfen für ein Land, wo Faschisten in der Regierung sitzen, heißt das nicht, dass wir unsolidarisch mit der Bevölkerung sind. Im Gegenteil, wir hätten es für sehr sinnvoll gehalten, wenn die EU und auch die deutsche Regierung Druck machen würden, dass die Raubvermögen der Oligarchen endlich der ukrainischen Bevölkerung wieder zur Verfügung stehen. Damit wären auch die Finanzprobleme dieses Landes sehr, sehr leicht lösbar. Dann gibt es natürlich diese Woche noch ein drittes, ganz wichtiges, ganz großes Thema. Das ist der Mindestlohn, der in erster Lesung bekanntlich im Bundestag behandelt wird. Es ist Ihnen bekannt, die Linke ist die Kraft, die schon als längste darum kämpft, dass es in Deutschland endlich einen Mindestlohn gibt. Wobei wir auch andererseits sagen müssen, das Konzept, was die Große Koalition dazu vorgelegt hat, ist ziemlich enttäuschend. Weil zum einen 8,50 Euro ja deutlich unter dem bleibt, was viele unserer europäischen Nachbarländer bezahlen. Und das hat wiederum dann auch mit der europäischen Krise zu tun. Wenn in Deutschland die Löhne eben bekanntlich sich sehr schlecht entwickelt haben, wir jetzt einen Mindestlohn haben, der etwa 1 Euro unter dem französischen liegt, dann heißt das natürlich, dass man nicht sehr viel dazu tut, dass Ungleichgewichte aufgehoben werden. Aber selbst diese 8,50 Euro, da hätten wir uns wenigstens gewünscht, dass die SPD so viel Rückgrat gehabt hätte in der Großen Koalition, den dann ohne Ausnahmen durchzusetzen. Jetzt wird es, so wie es zumindest zurzeit auf dem Tisch liegt, Ausnahmen geben für junge Menschen, Ausnahmen geben für Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos waren. Und damit ist dieser Mindestlohn ein Flickenteppich, den wir so in dieser Form natürlich nicht akzeptieren können. Wir halten ihn für völlig unzureichend. Und wir würden uns wünschen, dass dort auch nach wie vor, und wir werden da auch weiter Druck machen, dass diese Ausnahmen gestrichen werden. Und dass vor allem dieser Mindestlohn auch auf das Mindestmaß, was wir auch fordern, von 10 Euro angehoben wird. Drunter kann man in diesem Land ohnehin nicht leben. Und wir finden also schon auch diese Pressekampagne, die es jetzt schon wieder gibt, wo am Ende noch der Mindestlohn als Einschränkung von Pressefreiheit deklariert wird. Also absolut daneben und völlig hanebüchen. Also Mindestlohn ist europäische Normalität. Und das sollten wir endlich auch in Deutschland anerkennen. Danke schön, Sarah Wagenknecht. Gibt es Nachfragen zu diesen Themen? Frau Kraus. Heute war in einigen Blättern zu lesen, dass Halina Wavciniak ihren Posten als stellvertretende Fraktionsgeschäftsführerin abgeben wird. Und zwar aus Unmut über Führungsverhalten an der Parteispitze. Erstmal die Frage, können Sie das bestätigen? Zweitens, also wie bewerten Sie den Schritt? Und drittens, was hat die Fraktionsführung vereinbart, wie sie mit dieser Vakanz umgehen möchte? Also wir haben darüber im Fraktionsvorstand gesprochen. Wenn der Schritt tatsächlich erfolgt, muss ich sagen, dass ich ihn sehr bedauere. Gestern war der Stand, dass wir noch einmal mit ihr sprechen möchten, ob sie diese Funktion weiterhin wahrnimmt, was ich gut finde. Ansonsten kann ich Artikel schwer kommentieren, die sich auf Papiere beziehen, von denen mir von allen Seiten gesagt wird, dass sie gar nicht existieren oder sie zumindest niemand kennt. Insoweit kann ich das auch nicht kommentieren. Also wenn es so ein Papier gibt, finde ich die Form und die Art und Weise dessen, was dort geschrieben ist, völlig inakzeptabel. Aber wie gesagt, ich habe noch niemanden gefunden, der mir bestätigt hat, dass es dieses Papier überhaupt gibt oder der dafür irgendwie Verantwortung übernehmen wollte. Deswegen ist das bis dahin auch schwer kommentierbar. Herr Seefeld. In der Kritik geraten ist ja die Parteivorsitzende Katja Kipping. Ganz allgemein, dann Sie die Frage, was schätzen Sie an Ihrer Parteivorsitzenden und fühlen Sie sich von ihr ausreichend unterstützt? Also ich muss sagen, ich glaube, das hat der Parteitag auch gezeigt, dass die Partei insgesamt an beiden Parteivorsitzenden sehr schätzt, dass sie die Partei in eine Phase der Stabilität und auch der Einigkeit zurückgeführt haben. Das ist eine sehr wichtige Frage gewesen. Wir alle wissen, wie die Situation vor dem Göttinger Parteitag war. Und insoweit glaube ich auch, dass die Wahlergebnisse der Parteivorsitzenden deutlich gezeigt haben, dass Presseartikel, die jetzt irgendwie suggerieren, da gäbe es keinen Rückhalt, dass sie ziemlich aus der Luft gegriffen sind. Gibt es weitere Fragen? Frau Kraus nochmal? Daran anschließend, also der Parteitag hat auch geändert, ich sage jetzt mal mit deutlichen Zeichen oder Indizien darüber, dass die sogenannten Reformer, die sich im Forum demokratischer Sozialismus zusammengeschlossen haben, recht frustriert waren über die Personalentscheidungen, die da getroffen wurden. Die fühlen sich nicht hinreichend berücksichtigt. Und jetzt heißt das, was ich persönlich jetzt nicht bestätigen kann, dass Ende des Monats eine außerordentliche Versammlung dieser Strömungen stattfinden soll, bei der sie womöglich aufgelöst werde. Sie gehören nur einer anderen Strömung an, aber wie würden Sie das empfinden, wenn es so käme? Also wenn die sich auflösen? Also ich gehöre keiner organisierten Strömung an. Ich gehöre vor allem nicht dem FDS an. Deswegen kann ich natürlich nicht darüber urteilen oder kann das auch nicht bewerten, ob sie sich auflösen werden. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, weil das natürlich schon ein Spektrum ist, dass es in dieser Partei sehr relevant gibt. Und ich verstehe natürlich, das ist mir auf vielen Parteitagen auch schon so gegangen, wenn man sich für einen Kandidaten engagiert, dann wünscht man sich, dass er gewählt wird. Nur am Ende ist die Entscheidung eines Parteitages eben ein demokratisches Votum. Und ich finde, das müssen dann auch alle Seiten akzeptieren, auch wenn es einem inhaltlich nicht gefällt. Also insoweit, finde ich, ist das überhaupt kein Grund, jetzt deshalb eine Strömung aufzulösen. Also ich kann mir das ehrlich gesagt noch nicht vorstellen. Herr Siefeld noch mal. Wäre es denn ein Verlust aus Ihrer Sicht, wenn es diese Strömung, diesen FDS nicht mehr gäbe? Also die Positionen gibt es ja nach wie vor, weil viele Protagonisten aus dieser Strömung ja auch wichtige Mitglieder in der Fraktion sind, im Parteivorstand vertreten sind, auch im geschäftsführenden Parteivorstand vertreten sind. Also das ist einfach ein Teil unseres pluralen Meinungsspektrums in der Partei und das werden sie weiter einbringen. Und das ist auch dringend nötig, weil das eben ein Teil und ein wichtiger Teil unserer Partei ist. Der Spiegel geht ja so weit, dass er sagt, Frau Kipping und Sie haben sich abgesprochen. Frau Kipping bekommt die Partei sozusagen, die sie führen darf und Sie dürfen da die Fraktion führen künftig. Wie plausibel ist das? Ja, der Spiegel neigt natürlich manchmal auch zu ausgesprochen erheiternden Märchenstunden. Das ist dann immer für die, die das lesen und wirklich in den Prozessen involviert sind. Also wirklich überraschend, wie man sich bestimmte Dinge ausdenken kann. Also ich glaube, da sollte sich wirklich jeder, der zumindest die Linke etwas verfolgt hat und die internen Debatten etwas besser kennt, der weiß, dass an diesem Artikel also allenfalls die Namen korrekt sind. Ja, schönes Schlusswort. Bedanke mich für Ihr Kommen und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.